Musik Hier beim Luca Henni Konzert ist wirklich richtig viel los. Die ganzen Fans und ich habe jetzt hier auch neben mir Fans stehen. Hallo, seit wann seid ihr denn eigentlich hier? Ich bin seit um 20, ja? Ja, seit 40 Uhr. Seit, wie viel Uhr waren wir hier? Seit drei oder vier ungefähr. Okay, vier Uhr. Und was erwartest du dir vom Konzert? Dass es sehr gut wird. Nein, ich stehe auch relativ weit vorne. Ja, dass er für Stimmung sorgt, aber das macht er immer. Keine Ahnung, dass Luca das einfach raus und wir einfach mit rocken. Hast du ihn denn schon mal live gesehen? Ja, letztes Jahr, am 14.10. da war ich in Osnabrücken. Und du bist schon am Main, hast du ihn denn schon gesehen? Ja. Habt ihr VIP? Ja, das erste Mal. Wollt ihr auch das erste Mal jetzt hier auf einem Konzert? Nein, das war mein erstes Konzert. Ich war erst bei einem Autokomstunde. Ja, ich auch mal eine Autokomstunde. Das ist mein zweites Konzert. Dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß und... Ja, sehr gerne. Ja, okay, bis dann. Tschüss, tschüss. In the world of Vista. In the world full of jealousy. Comes a young man. To change everything. He is proud to be here. He takes all of his energy. He takes all of his energy. I'm bringing my life on stage. Living the dream. He takes all of his dreams. Is there anything to do? Is there anything to do? Is there anything to do? Musik Oh, 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 right! Oh, 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 scablet's You move the body, girl, it's happy yes The way you look at me can't hear the ring Before you know it, I'll be touching that Das ist ja ein bisschen I don't like Losing control Losing control Losing control I don't like Losing control Losing control So now we get a little shameless Oh really baby Give me feel and dance Let's go again A little yeah Turn up too sexy I get a little shameless Come on come on Oh really baby Can you feel and dance Let's go again A little shit Yeah I turn up too sexy I get a little shameless Nehmen wir wieder Luca Heniet Wir haben uns entschieden dich bei Deiner Tour hier in Hannover Bist zu begleiten Und erzähl mal Du hast jetzt schon ein paar Termine hinter dir Von deiner Tour Wie war es so bis jetzt? Wahnsinn Also wirklich ganz geil mit dem neuen Album Living the Dream Jetzt noch auf Tour zu sein Das ist ja die dritte Tour Also es ist schon viel Routine natürlich dabei Aber immer noch ein bisschen aufgeregt Was ganz geil ist natürlich Wieder alle Fans zu sehen Und zum Beispiel ein Highlight war Natürlich in Frankfurt Zum Beispiel an meinem Geburtstag Hab ich ja gespielt Ich hatte ja nicht frei oder so Voll mit meinen Fanys gefeiert Und so das war geil Ganz cool bei der Tour ist halt auch Dass ich die neue Single vorstellen kann Also einen neuen Song Von einem neuen Projekt Ich sag's mal so Und dann cool wieder mit der ganzen Crew Unterwegs zu sein Ja Das macht tierischen Spaß Und jetzt heute hier in Hannover Wird gerockt Morgen geht's weiter nach Köln Und so ja Also tierisch Ich freu mich immer Nochmal herzlichen Glückwunsch Auch nachträglich von uns Ja dankeschön Zum Geburtstag zum 19. Jetzt sind wir gleich alt Du bist 19? Ja Ich seh zwar nicht so aus Aber Wollte ich nicht so sagen Nein 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 Aber ich hätte dich ein bisschen jünger geschätzt Ja Das schätzen viele Aber super im Alter ist das perfekt Wie Happy Birthday to you Happy Birthday to you In my dream ways Should I pour this time though we've only just begun Give me one more chance to show you that I'm the only one Don't say it's too late I don't want to lose you, no If you don't make a mistake, I'm strong You can change your mind before you go And I don't want to lose you, no Don't say it's too late I'm the only one in my life In the gallery up in the gallery up in the gallery up in the gallery And tell me it's too late Don't say it's too late Du sagst, du hast eine neue Single, die du präsentierst. Genau, genau. Das ganze ist ein neues Projekt, das ist mit einem Schweizer DJ zusammen Der DJ heißt Christopher S. Der war jetzt auch ein paar Termine dabei, heute leider nicht In Berlin ist er wieder dabei Genau, und da haben wir zusammen ein paar Songs gemacht Also neue Songs, der erste kommt dann im Februar raus Aber ich hab mir gedacht, okay, komm, jetzt bei der Tour musst du schon was Neues zeigen Und jetzt präsentiere ich halt schon einen neuen Song von diesem Projekt Ob dann wirklich der rauskommt, bleibt noch offen, aber auf jeden Fall im Februar kommt was Neues raus Wie war die Resonanz bisher auf den neuen Song? Ja super, auf jeden Fall gehen alle ab Wie heißt der denn? Der eine heißt Living the Dream Mit deinem Album, ja Und der andere heißt Dirty Bass Ah, okay Genau, und die werdet ihr aber beide hören heute Ja Genau, das wäre total geil Und Lisa Wohlgemuth ist ja Vorband von dir Mhm, genau Die ist ja überall dabei, ne? Bei deiner kompletten Tour in der Schweiz, in Österreich, überall, ne? Komplett überall Wie vital Wie vital Die macht das super Ja Die macht Geiles, die heizt die Leute wirklich ein Und danach sind die wirklich bereit Und total cool Es kam so, dass ich mir gedacht hab, okay Jetzt bei der dritten Tour ist doch schon nicht mehr die erste, auch nicht die zweite Und die dritte, na klar Aber hab ich mir gedacht, nochmal was irgendwie, nochmal spezielleres Nochmal einen draufhauen und irgendwie gedacht, okay Ein Supporter-Act wär ganz cool, eine Vorband Und dann bin ich irgendwie auf Lisa gekommen und hab gedacht, okay Hey, komm, jetzt fragst du sie einfach mal Dann hat sie sich gefreut und hat gesagt, okay, sie kommt mit Ja Und jetzt sind wir so, ganz viele Leute unterwegs und cool Ja Ich freu mich jetzt dabei, sie macht das echt super Ja Wo sind wir jetzt auf die nächsten Stationen deiner Tour? Jetzt geht's weiter nach Köln morgen, dann nach Hamburg, hab ich keine Ahnung, Berlin kommt noch Einfach auf die Homepage schauen Wien, Linz, dann geht's in die Schweiz, nach Luzern, nach Solothour, nach Herisau, äh Aber ansonsten alles auf lukamusic.ch, nachlesen und vorbeikommen Genau Perfekt, mehr weiß ich auch gerade nicht Also Tickets gibt's auf jeden Fall noch zu kaufen? Ja, also wenn's noch mit der Zeit reicht Ja Ich glaub, es gibt noch ein paar auf jeden Fall Und sonst gibt's auch immer Abendkasse Man kann auch immer noch probieren, wirklich halt, äh Bei der Türöffnung ist immer bei jeder Location, 18 Uhr Einfach vorbeikommen und man kann auch vor Ort, wenn's noch Platz hat, ein Ticket kaufen Super Dann wünsch ich dir viel Spaß Ja, ich euch auch, danke Und rock die Bühne Mach ich Let's rock Okay, wir verabschieden uns Tschüss Ihnen Dankeschön Tschüss, tschau tschau Tschüss Tschüss Tschau 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 Tschau